Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat der Ukraine eine Bedrohung der internationalen Sicherheit vorgeworfen. Die Regierung in Kiew wolle eigene Atomwaffen. Das sagte Lavrov am Dienstag per Videolink vor der ständigen Abrüstungskonferenz in Genf. Auf dem ukrainischen Territorium befänden sich noch sowjetische Nukleartechnologie und die Mittel, so bestückte Waffen abzuschießen, sagte Lavrov der englischen UN-Übersetzung zufolge. Man müsse auf diese reale Gefahr reagieren, sagte er. Lavrov verlangte, dass US-Atomwaffen vom Gebiet der NATO-Partner abgezogen werden. Er betonte auch, man glaube weiter, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe. Die ständige Abrüstungskonferenz ist das einzige multilaterale Abrüstungsforum der Welt. Von der internationalen Atomenergiebehörde hieß es in der vergangenen Woche, sie sehe keinerlei Belege für die Behauptungen über ein mögliches Atomwaffenprogramm in der Ukraine. Unsere Agentur hat keine Hinweise dafür gefunden, dass in der Ukraine deklariertes Nuklearmaterial aus der friedlichen Nutzung von Nuklearenergie abgezweigt wird. Das teilte ein Sprecher dem Tagesspiegel mit. Die Behörde mit Sitz in Wien überwacht unter dem Dach der Vereinten Nationen die zivile Nutzung der Atomkraft und die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags. Lavrov sagte weiter, es müsse eine neue Spirale des Weltrüstens verhindert werden. Es dürfe keine gefährlichen Schritte im Rahmen militärischer Aufrüstung geben. Die NATO-Mitglieder ignorierten dies. Die NATO ziehe die Ukraine in den Dunstkreis der Allianz, indem sie ihr Waffen liefere, sagte Lavrov. Er beklagte, dass die NATO Russland keine langfristigen Sicherheitsgarantien gebe und keine weitere Ausweitung Richtung Osten ausschließe. Die NATO müsse ihre militärischen Kapazitäten auf das Gebiet zurückziehen, wo sie bei der Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte 1997 waren, verlangte Lavrov. Lavrov wollte ursprünglich persönlich nach Genf kommen. Das sei durch die Sperrung des Luftraums in der EU für russische Maschinen verhindert worden, teilte die russische Botschaft in Genf am Montag mit.